Guten Tag, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. In ersten Interviews nach seiner Wahl zum künftigen US-Präsidenten hat Donald Trump angedeutet, Teile der Gesundheitsreform seines Amtsvorgängers beizubehalten. Die Abschaffung von Obamacare war eines von Trumps zentralen Wahlversprechen. Er halte die Regelung, dass Versicherer Patienten nicht wegen Vorerkrankungen ablehnen können, jedoch für richtig. Außerdem sollten Kinder für bestimmte Zeit bei ihren Eltern mitversichert bleiben können. In mehreren US-Städten gab es in der vergangenen Nacht erneut Proteste gegen die Wahl von Donald Trump. Die Teilnehmer warfen dem künftigen Präsidenten vor, Hass und Fremdenfeindlichkeit zu propagieren. Die Kundgebungen verliefen weitgehend friedlich. Vereinzelt kam es jedoch, wie hier in Portland, im Bundesstaat Oregon, zu Ausschreitungen. Die Polizei setzte Tränengas und Blendgranaten ein und nahm mehrere Menschen fest. Bei einem Anschlag auf die US-Luftwaffenbasis Bagram in Afghanistan sind nach NATO-Angaben mindestens vier Menschen getötet und 14 verletzt worden. Die radikal-islamischen Taliban erklärten sich verantwortlich für die Explosion eines Sprengsatzes auf dem größten US-Stützpunkt in Afghanistan. Er war in der Vergangenheit immer wieder Ziel von Antacken der Taliban. Erst am Donnerstag hatten sie das deutsche Konsulat in Masar-i-Scharif angegriffen. Beim Grünen-Parteitag in Münster geht es heute um das Thema Steuern. Umstritten ist vor allem der Umgang mit großen Vermögen. Während ein Teil der Grünen eine Wiedereinführung der Vermögenssteuer fordert, bevorzugen andere eine Reform der Erbschaftssteuer. Die Delegierten wollen bei dem Parteitag ihre Linie für den kommenden Bundestagswahlkampf festlegen. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat das WM-Qualifikationsspiel gegen San Marino mit 8 zu 0 gewonnen. Die Bremer Gnabry gelangen bei seinem ersten Auftritt für die Nationalmannschaft gleich drei Tore. Es war der vierte Sieg im vierten Qualifikationsspiel für das Team von Trainer Dürf. Die Wetteraussichten? Zwischen Bayerischem Wald und Alpen noch Schnee, in tiefen Lagen auch Regen. Sonst im Tagesverlauf gebietsweise freundlich. Den meisten Sonnenschein gibt es im Norden und Nordwesten minus zwei bis plus sieben Grad. Die Tagesschau meldet sich wieder um zwölf Uhr. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017